Occlumantic und Legilimantic sind sehr mächtige Bereiche der Magie in Harry Potter. Dazu gehören natürlich auch die Situationen zwischen Voldemort und Harry, in denen sie gegenseitig versuchen, in den Geist des Anderen einzudringen oder sich davor zu schützen. Aber warum hat Voldemort Harry in den Heiligtümern des Todes nicht daran gehindert, seine Gedanken zu lesen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute wollen wir uns mit einem eher übersehenden Teil der Geschichte beschäftigen, das Harry Potter-Fans vielleicht nicht unbedingt im Blick haben. Die Verbindung zwischen Harry Potter und Lord Voldemort. Genauer gesagt ihre Verbindung in einer schicksalshaften Nacht Ende Oktober 1981. An diesem besagten Abend, dem 31. Oktober, begab sich Lord Voldemort in Godric's Hollow zu dem Haus der Potters, auf seinem Höhepunkt der Macht. In dieser Nacht veränderte sich der Lauf der Geschichte dramatisch, denn Voldemort war mit einem klaren Ziel dahin gekommen, Harry Potter zu töten. Nachdem er James Potter getötet und aus dem Weg geräumt hatte, näherte er sich Lily und dem kleinen Harry. Voldemort forderte Lily auf, beiseite zu treten und Harry ihm zu überlassen, um Snapes Wunsch zu erfüllen. Er versprach ihr, sie zu verschonen, aber Lily weigerte sich entschieden, Harry zu schützen. Sie wollte unbedingt ihren Kleinen schützen und würde sich selber auch dafür opfern. Dies führte dazu, dass sie von Voldemorts Fluch getroffen und getötet wurde. Nachdem Lily gefallen war, richtete Voldemort seinen Zauberstab auf Harry, sein eigentliches Ziel. Doch der Fluch, den er abfeuerte, prallte auf ihn zurück, was das Ende von Voldemort für eine Weile bedeutete und den tragischen Verlust der Potters. Aber dieser zurückgeprallte Fluch hatte eine weitere Folge. Es entstand eine Verbindung zwischen den beiden, zwischen Voldemort und Harry. Durch die Instabilität von Voldemorts Seele durch die Horcruxe, die er geschaffen hatte, spaltete sich ein Teil von ihr ab, als sein eigener Fluch ihn traf. Diese abgespaltene Seele fand sich in Harry, dem einzigen lebenden Wesen im Raum einer Ankerstelle, wieder und schuf so eine Verbindung, die später bekannt wurde. Harry war zwar kein traditioneller Horcrux, da er nicht durch den üblichen Prozess geschaffen wurde, aber er trug dennoch einen Teil von Voldemorts Seele in sich. Diese Verbindung brachte Harry viele unerklärliche Erfahrungen, einige mysteriös, andere nützlich, aber die meisten waren belastend. Eine dieser Verbindungen war Harrys Fähigkeit, Paselmund zu sprechen. Die Sprache der Schlangen. Eine Fähigkeit, die normalerweise nur von Nachkommen von Salazar Slytherin vererbt wird. Obwohl die Fähigkeit, Paselmund zu sprechen, zunächst interessant schien, war der Hauptnachteil ihrer Verbindung die Tatsache, dass ihre Gedanken und Emotionen miteinander verbunden waren. Aufgrund des Teils von Voldemorts Seele in ihm konnte Harry oft Einblicke in Voldemorts Gedanken und Pläne erhalten, was beide Seiten sehr belastete. Voldemort natürlich, weil seine Pläne einfach offenbart wurden und Harry, weil er viele dunkle Gedanken hatte, mit denen er eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Voldemort begann bald Occlumantik zu praktizieren, um seinen Geist vor Harry zu schützen, der weiterhin unabsichtlich Einblicke in Voldemorts Gedanken erhielt. Im Orden des Phönix nutzte Voldemort diese Verbindung, um Harry zu manipulieren, aber im Halbblutprinzen erkannte er, wie gefährlich dies eigentlich war. Trotzdem scheint es im letzten Buch den Heiligtümern des Todes, dass Voldemort aufhörte, Occlumantik zu verwenden und die Brücke zu Harrys Geist erneut öffnete. Warum genau hat Voldemort diese Vorsichtsmaßnahme aufgegeben und Harry wieder Zugang zu seinen Gedanken gewährt? Ich meine, das gibt ihm doch nur Nachteile, oder? Durch Einblicke in Voldemorts Geist konnte Harry eine Fülle nützlicher Informationen gewinnen, die unweigerlich zur Sicherung von Harry und dem Untergang von Voldemort führten. Er erfuhr, dass Voldemort auf dem Weg nach Godric's Hollow und Malfoy Manor war. Harry erlangte Kenntnis von Voldemorts Besessenheit vom Elderstab und einigen anderen Dingen natürlich auch. Vor allem wurde ihm bewusst, dass Voldemort große Angst davor hatte, dass seine Horcruxe entdeckt werden könnten. Voldemort verriet sogar Harry, dass sein letzter Horcrux in den Mauern von Hogwarts verborgen war. Natürlich nicht absichtlich. Aber warum offenbarte sich Voldemort Harry immer wieder? Das wirft die Frage auf, war es Arroganz oder irgendwas anderes, dass Voldemort antrieb, das zu tun? Warum würde jemand seinen Feind absichtlich in seinen Geist eindringen lassen? J.K. Rowling wurde genau diese Frage in einem Interview gestellt. Der Interviewer fragte, warum setzt Voldemort nicht mehr die Oklumentik gegen Harry ein, wie im sechsten Buch? J.K. Rowling antwortete, er verliert die Kontrolle und kann nicht mehr verhindern, dass Harry in seinen Geist eindringt. Voldemort versteht die Verbindung zwischen ihnen nie vollständig, da er nicht weiß, dass Harry ein Horcrux ist. Rowling erklärt hier, dass Voldemort nie die Entscheidung traf, Harry in seinen Geist reinzulassen, sondern einfach nicht mehr in der Lage war, ihn fernzuhalten. Angesichts der stressigen Lage und der Zerstörung seiner Horcruxe verlor Voldemort die Kontrolle über seine Emotionen. Es scheint, dass Voldemort mentaler Zustand einen großen Einfluss darauf hatte, ob Harry in seinen Geist eindringen konnte oder nicht. Und in den letzten Teilen wurde immer klarer, dass Voldemort ein bisschen emotionaler wurde, ein bisschen mehr die Kontrolle verlor, da er auch seine Teile der Seele eins nach dem anderen verlor. Ich meine, die Horcruxe wurden zerstört und dadurch wurde er etwas gestresst und etwas unter Druck gesetzt und konnte dann einfach nicht mehr verhindern, dass Harry in seinen Geist eindringt. Wenn Voldemort die Kontrolle über seine Gefühle verlor, sei es durch Wut oder Frustration, vergaß er manchmal, Oklomentikt anzuwenden und ließ Harry für einen Moment hinein. Voldemort wusste nie, dass ein Teil seiner Seele in Harry steckte. Daher konnte er nie eine Erklärung für ihre mentale Verbindung finden. Für einen Meister des Geistes und der Oklomentik wie Voldemort war es undenkbar, dass Harry Zugang zu seinen Gedanken haben könnte. Er wusste wahrscheinlich, dass er in Wutanfällen die Oklomentik kurzzeitig abschaltete, aber er hätte nie geglaubt, dass Harry diese kurzen Zeitfenster ausnutzen könnte. Harry erfuhr von Grigorowitsch, als Voldemort ihn fast tötete, gefesselt von der Aussicht, ein Leben zu beenden und möglicherweise vergaß Voldemort in seiner Aufregung für einen Moment die Oklomentik anzuwenden. Harry erfuhr vom Elderstab, als Voldemort ihn fand, im Rausche des Triumphs und der Vollendung. Harry erfuhr von Ravina Ravenclaws Diadem, nachdem Voldemort herausgefunden hatte, dass er in Bellatrix Tresor war und daraufhin vor Wut explodierte. Harry erfuhr, dass Voldemort nach Hogwarts kam, als Voldemort feststellte, dass das Medaillon verschwunden war. Diese emotionalen Ausbrüche, sowohl positiv als auch negativ, waren der Grund dafür, dass Harry Einblicke in Voldemorts Handlungen bekam. Also war wieder mal Voldemorts Psyche oder sein emotionaler Zustand schuld, dass er verlor. Und das war's auch wieder mit diesem Video und dem Grund, warum Harry es so oft geschafft hat, in Voldemorts Geist einzudringen, obwohl dieser Oklomentik verwendete. Habt ihr euch jemals gefragt, warum Voldemorts Geist für Harry so zugänglich schien? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das Video soweit gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen dazu hast oder zu anderen Themen, lass es mich bitte gerne auch in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.